weiter geht's erforschen wir hier mal ne erforschen gar nicht das wissen wisse bin vor zehn matsch wissenschaftler die mir etwas für geben sollen ich bin ein kopf die krieg wieder unheimliche haufen penner sind alle auch nicht achten nicht penner sein papieren müsse er ist ein junkie außer gefecht gesetzt war das du bist dran sehr geschwächt sehr schön nein ich bin ein kind hört auf damit ich geht es wohl zu gut so weil er sind die alte weg mein gott macht der bogenschaden richtig pervers gut junkie penner mit pömpel also das ist echt eine mächtige ausrüstung über uns zusammen geklebt haben mit den stickern beeindruckend brauchen wir die anderen wo ist das package was wir mitnehmen sollen sonst einen weg gebastelt ich habe hier tüten tüte mit küssen mehr ach das ist also die geheimen zutat hindernisse vermeiden durchschleichen nicht drin sterben alles klar mäuschen kann man bei kenny rein wo wir können das hause erkunden das wohl interessanteste haus hallo kenny schwester ja die bruder die prinzessin naja wir sind ja nicht so gemein was haben wir hier kennys zimmer wasserballon bester freundheit kette und im schrank bist du ja im kostüm unglaublich perfekte poster kenny machen wir nichts kaputt sonst wird er noch gemein und spielzeugpferd reinheitsring okay sargbrille mhm rattengift oh kenny ja kein schreibtisch schreibtisch hier schon alles kaputt also sollte es auch nicht auffallen na was haben wir hier halt dran und schamhause im kühlschrank damit die freiheit hier über die renters die mieter mich umbringen wollten können sie ja nichts für die mieter mich um gefährlich optionsmenü anpassen schnellreise was ist das nächste trocken oder sie und dass wir unten so erfrischt und weitergehen hoffentlich 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 haben wir jetzt den teuer geschafft ich hab dein zeug ja ja aus lokalen Tweekern. Ja... Weiß das beengstellt. So, Tweek haben wir auch. Uh, Tweekschlüssel! Da oben können wir wahrscheinlich die Truhe her. Tweekschlüssel und Brühmeistervorrat. Klosterbrüderhandschuhe. Klosterbrüderrübe, ja. Probe. Was kann die Gestalt, die Maximativierung 5. Stapel Käsebäckchen. 2,5, 5,5. Dann mal 5,5,5,5,5,5,5,5,5. So, mit Rundenrahmachbrank. Tempo trank. Das können wir schon. 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Es stehen 10% mehr her. Kling mal alles mit. Kling mal alles mit. Kunsterbruder Rode... Können wir das bei der Sanzühe? 5 neue Freunde. Wir waren der Typ dann, ach, das war der, wo wir den schneemann von kaputt gemacht haben fähigkeiten quest das karte sammeln bei objekten wir freuen haben wir schon 23 unglaublich und im pokémon es sieben das ist das nie der web web die nur bitch banger pokémon star oder was zu mir was lust oder auch für komplett schweinbärmann sensor nachher die haben wir auch noch von hier abdachlosen camps umgesiedelt eins von sieben brief an kräg genau kräg brauchen wir noch man kann sich weitergehen eine berührung aber ausrüsten können wir ihn nicht das wäre doch egal kann man es selber immer selber an wie sie muss aus große brüder mütze das eigentlich ist unsere kristin von sich besser aber was immer das outfit sehen hat ja eigentlich was aber es ist nicht meins bringt mir keine vorteile außerdem kommt meine frisur so besser viel besser zu geltung so jetzt sollten wir erst mal zurück zu kartmann warum wir es mit dem onkel fickern donna donna wetter die werden uns herum schubsen was das wird jetzt sowas von ins letzte jahrhundert schießen ich würde gern batters ausrüstung auch verbessern können jetzt kommt das so stirb unglaublich krass dieser boden jubeln zwölf erfahrungen nicht schlecht bist du denn jetzt mein freund sein das freunde dann nicht dann haue ich wieder ins gesicht so die tröte tröten heute tröten wo ist mein ziel hoch bringen die schweinbärmann sensoren an bei kenny sollten wir so ein sensor anbringen schauen wir mal wo es wäre interessant zu wissen wo wir das hier hinbauen sollen oder schauen wir mal auf die karte nochmal schweinbärmann den pokémon sind hier noch ach mir werden so die sachen angezeigt ausrüstung 19 den pokémon 2 ausrüstung ein hier ist ausrüstung eine quest bringe ein schwerband sensor an einen elektrischen an einen elektrischen transformator okay wo ist jetzt hier ein elektrischer transformator auf dem dach wie es aussieht und wie kommen wir da hoch kommen wir nochmal in die queckhöhle rein vielleicht gibt es da irgendwie einen weg hoch und aufs dach vielleicht kommen wir ja durch die luke da oben nach draußen hier nach draußen hier hier flinkt die decke muss man auch erstmal drauf kommen erstmal darauf achten dass hier nochmal die truhe was haben wir hier kennis blutige geule drei harte treffe drückt einen zusätzlichen schaden stark wegen rüstung und das bild da unten schweinbeermann ist echt ein bisschen zu erfüllen platzieren in den sensoren transformator alles klar wir hatten ja schon mal die ersten platziert so ladescreen das trinken und wieder runter wieso hat denn die direkt rausgerüstet ich will die nicht falschen schnapp gedrückt offensichtlich meinen coolen brennenden holzhammer ist auch wieder so eine tatsache brennender holzhammer so karte 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 nachher wollen wir mit brennenden holzhammer wie geht das so auf so koopas keep mithilfe von kenny Timmy die kenny kenny ist die prinzessin der hat sowas nicht nötig durch die gegen zu fahren der ist einfach nur hübsch neben dem könig karte 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 hübsch karte 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 bitt karte 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 quasi Ich bin vorbereitet. Ich werde dir zeigen, wie du Magik benutzt hast. Mit mir in der Training-Barrick. Es ist Zeit für dich zu lernen. Dragonschreie. Willkommen zu unserem Platz. Alle sind willkommen hier. Selbst die mit chronischen Medikamenten. Erstens wollte ich nicht den KKK sein, aber der Grand Wizard machte einige sehr gute Punkte. Erstens wollte ich nicht den KKK sein, aber der Grand Wizard machte einige sehr gute Punkte. Erstens wollte ich nicht den KKK sein, aber der Grand Wizard machte einige sehr gute Punkte. KKK und ist auch ein bisschen... Can't talk! You need to practice! You fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fights. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's bows, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bows is not cool. You understand? Alright, then let's begin your training. Was? Furzen? You must first clear your mind and take in a deep breath through your butthole. Like so. Heh? Then let it rumble inside you and... Dragon shout! Was zum Teufel? I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon shout! Now you. Ready? Dragon shout!